Ich bin Pirmin Schwander, Jahrgang 1961. Ich bin seit 2003 im Nationalrat und eigentlich sehr früh habe ich als Unternehmer angefangen. Seit 1981 bin ich mittlerweile Inhaber und Mitinhaber von verschiedenen Firmen im Immobilien- und Treuhangbereich. Ich unterstütze die Begrenzungsinitiativen. In den letzten Jahren war das Bevölkerungswachstum dermaßen gross, dass wir immer mehr unsere schöne Landschaft zubetonieren müssen mit neuen Infrastrukturen. Wir haben Infrastrukturen im Bereich Wasser und Abwasser gebraucht. Wir haben neue Strassen gebraucht. Wir haben zusätzliche Schulhäuser gebraucht. Das hat in der Landwirtschaft Landen weggenommen. Wir brauchen das Land in Zukunft für unsere Ernährungssouveränität. Wir dürfen unser Land in Zukunft nicht mehr zubetonieren. Darum braucht es ein krebsiges Jahr zur Begrenzungsinitiative. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Ja. 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 Ja.